ja liebe gartenfreunde mit den trauermücken das ist geklärt ich hatte hier wirklich alte erde und ja versiegelt und so weiter und hier drinnen ist ja das wahre treiben ganz viele viele trauermücken da hilft entweder wegschmeißen das wäre ich auf jeden fall tun oder halt dann im ofen heiß machen so dass die eier kaputt gehen aber ich habe andere erde bestellt und ja fangen wir noch mal neu an dann